Von Herzen grüße ich dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du lauschst. Ich freue mich mit dir wieder auf eine Lesung aus dem Lichtwelt Verlag. Du gelangst zur vollen Blüte Gespräch miteinander 9. Juli 2022, empfangen durch Jan Johannes Kassel. Mein Name ist Daniel Janang. Schön, dass du da bist. Der wahre Sucher eilt Gott entgegen. Ihm kann es nicht schnell genug gehen. Deine Suche ist das Maß aller Dinge. Deine Sehnsucht ist der Schlüssel für jede Tür. Du gelangst zur vollen Blüte. Aus dem neuen Buch Auferstehung, Seite 85 folgende. Der Rosenstrauch. Jan Johannes Kassel. Beim Beobachten unseres Rosenstrauches im Garten kam mir die ganze Menschheit in den Sinn. Geht es uns nicht gerade auch so? Ein Rosenstrauch muss jeden Frühling um zwei Drittel reduziert werden, damit er seine Kräfte sammelt und dann nach einem Wunder gleich wieder austreibt. Erleben wir das als Menschheit nicht auch gerade? Uns wird alles genommen. Wir werden auf das Wesentliche reduziert. Und viele wissen nicht, ob sie jemals wieder zur Blüte gelangen. Wird das wahr? Und wird das was? Denke ich mir beim Zurückschneiden der Rosen. Jedes Jahr und jedes Jahr blüht der Strauch voller und schöner als zuvor. Trifft dieses Sinnbild auch auf die Menschen zu? Wird das was? Sananda. Geliebte Menschen. Hebt eure Köpfe und erhebt eure Herzen. Die Zeit der Wahrheit ist gekommen. Alles, was zu viel und überflüssig ist, wird jetzt entfernt. Ballast abzuwerfen, damit die neue Blüte möglich wird, das ist jetzt an der Tagesordnung. Deshalb verzagt niemals, wenn ihr euch von diesem oder jenen lösen müsst, wenn Freundschaften wegbrechen und wenn sich euer Leben radikal umstellt. Wie der Rosenstrauch in Jans Beschreibung, werdet ihr jetzt auf das Wesentliche ausgerichtet und ganz auf euch selbst zurückgeworfen. Für die zukünftige Zeit braucht es Menschen, die mit sich selbst im Reinen sind und die aus innerer Kraft heraus handeln und wirken. Dem Transformationsprozess, den die Natur Jahr für Jahr durchmacht, seid ihr jetzt auch ausgesetzt. Heute werden ganze Epochen der Menschheit geheilt und ins Licht gestellt und der einzelne Mensch tritt in die Verantwortung. Deine vielen Leben, die unterschiedlichen Existenzen, als Mensch auf dieser Erde haben Spuren hinterlassen. Nicht immer sind es lichtvolle Energiefelder, auf die du dich berufen kannst, das heißt, auch deine Irrtümer und deine Fehltritte gilt es jetzt zu berichtigen. Dies geschieht jetzt in einer unglaublichen Geschwindigkeit und Dichte. Denn wenn eine Epoche der Menschheit der Heilung ausgesetzt ist, dann steht der einzelne Mensch im Zentrum dieser Vorgänge. Es geht um dich. Hohes Tempo So treten heute sehr viele Dramen und Schmerzen auf einmal auf. Das langsame Abarbeiten deiner Themen ist nicht mehr möglich. Obwohl dir noch genug Zeit zum Integrieren deiner Heilungsschritte bleibt, so ist ein Aufschieben deiner Transformation unmöglich. Genauso wenig, wie sich eine Rose den sanften Strahlen der Frühlingssonne verweigern kann, genauso wenig kann sich der Mensch dem spirituellen Licht, das aus der zentralen Sonne zur Erde gelangt, verschließen. Ein jeder Mensch, der seiner Transformation zugestimmt hat, ist jetzt aufgefordert. Denn noch niemals in der Geschichte der Menschheit waren solche Entwicklungsschritte für die Menschen und für die Menschheit und für den einzelnen Menschen möglich. Das Tempo der Veränderungen steigert sich weiter. Der Wandel geht in die nächste Phase. Die Phase des Sichtbarwerdens eurer lichtvollen Zukunft. Zukunft wird sichtbar. JJK Ja, ich merke es auch bei mir selbst. Die alltäglichen Spiegelungen sind die Herausforderung. Die offenen Themen präsentieren sich mir so klar, wie noch nie zuvor. Sie abzuarbeiten und zu erlösen, gehört schon wie das tägliche Zähneputzen zum Alltag. Was, wenn die Menschen dieses Tempo nicht mehr mitgehen können? Sananda, jeder Mensch, der sich innerlich zutiefst auf das Licht ausrichtet und dem der Wandel eine Herzensangelegenheit ist, freut sich über diese Geschwindigkeit. Diese Menschen haben niemals Probleme mit dem Transformationstempo. Nur wer bestimmte Dinge unter den Tisch kehren möchte, beschwert sich oder badet in Selbstmitleid. Der wahre Sucher eilt Gott entgegen. Ihm kann es nicht schnell genug gehen. Deine Sehnsucht ist das Maß aller Dinge. Deine Sehnsucht ist der Schlüssel für jede Tür. JJK, jetzt habe ich den Eindruck, dass bestimmte Veränderungen sehr bald eintreten werden. Sananda, das ist jetzt am Weg. Alle kosmischen Prozesse geschehen in kosmischen Zyklen. Wir befinden uns jetzt mitten im Transformationszyklus dieser Erde, der bis zu einem bestimmten Tag abgeschlossen ist. Alles ist Schwingung und schwingt im Rhythmus der Schöpfung. Der göttliche Plan ist präzise und eure Seelen sind darauf abgestimmt. Vor dieser eurer Geburt habt ihr Kenntnis über die großen Umstellungen, die jetzt im Gange sind, erhalten. Und ihr habt alle begeistert und voller Freude in diese Verkörperung eingewilligt. Du bist jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Du wusstest von den nahenden Stürmen und du wusstest von der lichtvollen Wirklichkeit nach all diesen Ereignissen. Einem Rosenstrauch gleich gelangst du in diesem Leben zur vollen Blüte und so ist es. Geliebter Mensch Sananda. Eilatente. 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 Untertitelung des ZDF, 2020